Musik Im Juni 1977 wurde unbeobachtet von den Augen der Öffentlichkeit Musikgeschichte geschrieben. Am Rande von Köln taten sich der englische Soundtüftler Brian Eno und die deutsche Experimentalband Cluster zusammen und nahmen ein Album auf. Die LP, Cluster und Eno wurde in dem berühmten Tonstudio von Conny Plank aufgenommen. Conny Plank war in den 70ern eine musikalische Institution und als Tontechniker und Produzent ein Synonym für deutschen Psychedelic Sound und elektronische Musik. Die meisten tun es sich an dieser Stelle deutlich leichter und sagen einfach nur Krautrock dazu. Ich war nie ein Freund dieses Begriffs, zumal die zentralen Bands des Krautrock-Genres, sei es Kraftwerk, Popol Voo, Tangerine Dream oder Ken, einfach keinen Rock gemacht haben. Und was das Wort Kraut betrifft, naja, dazu sage ich mal nichts. Nun ist es aber so, dass die Musiker, um die es hier geht, der restlichen Welt das Etikett Krautrock nie so richtig krumm genommen haben. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Präsenz dieser interessanten und teilweise sehr unkommerziellen Musikbewegung auch ein wichtiger kulturhistorischer Beitrag war. Ein Beitrag dazu, dass der Rest der Welt Deutschland nicht mehr ausschließlich mit dem Zweiten Weltkrieg assoziierte, sondern hier etwas ganz Neues entstehen sah und bereit war, es anzunehmen. Ich meine, das unterschätzt man heute ein wenig, weil nur die Älteren sich an die Atmosphäre der 60er oder 70er erinnern können. Dass es da plötzlich deutsche Musik und deutsche Schallplatten in den Regalen der jungen Leute in Amerika oder England gab, also das war damals schon etwas Besonderes. Und Leute wie Brian Eno oder David Bowie, aber auch zum Beispiel David Sylvian, wussten genau, dass da eine kreative Ader war, die man unbedingt anzapfen musste. Cluster und Eno ist ein sanftmütiges, akustisch verspieltes Album, das erwartungsgemäß weniger thematisch ist und mehr aus Klangmustern besteht. Stilistisch setzt es zum Teil die Ideen fort, die Brian Eno bereits mit diesen Musikern ein Jahr zuvor bei den Aufnahmesessions zu dem späteren Album Tracks & Traces entwickelt hatte. Darüber hatte ich in der letzten Episode gesprochen. Das ganze Album ist vollständig minimalistisch. Oft hat man es hier mit Texturen und einzelnen ätherischen Themen zu tun, die ganz simpel ausgearbeitet sind. Eben nicht mit dem Ziel, jemanden instrumental zu beeindrucken, sondern mit der Aufgabe, eine Stimmung zu erschaffen. Der Öffnungstrack Hore Nomo legt großartig die musikalische Atmosphäre dieses Albums fest. Es zeigt einen verspielten, mosaikartigen Stil mit sehr vielen Effekten, die über simple Gitarren- und Synthesizer-Themen gelegt werden und auf diese Weise einen charmanten Klangteppich erzeugen. Eine sanftmütige, melodische Schwärmerei. Das ganze Lied ist wie ein kleiner Bergbach, der sich einen Weg durch den Wald bahnt. Der berühmte Holger Tukai von Cairn spielt hier einen atmosphärischen Bass, der großartig die Stimmung des Stückes unterstützt. Das zweite Stück, Schöne Hände, ist eines meiner Highlights auf dieser Platte. Hier hört man extrem verfremdete Sounds, die zu einem zittrigen, geradezu wobbelnden Klanggebäude zusammengehalten werden. Schöne Hände spiegelt sehr gut jenen Sound, mit dem Brian Eno in diesen Jahren experimentierte. Ähnliche Texturen kann man auch auf Ambient 4 online hören. Der dritte Track, Steinsamen, hat etwas extrem Entrücktes und besticht mit einer geradezu bedrückenden Melancholie. Es ist fast wie eine Art elektrisches Klagelied. 15 Jahre später konnte man dieses Stück wunderbar in ein Gothic-Mixtape einbauen, was auch deutlich macht, wie wegbereitend diese Musik ist. Dies mag nicht der Sound sein, den breite Massen kennen, doch es ist der Sound, den sich jene Leute angehört haben, die dann Musik für breite Massen produzierten. David Bowie, U2, Depeche Mode. Ein Track wie das vierte Stück, Wermut, ist ein anderes Beispiel für minimalistische Musik, der in Einfachheit eine großartige Stimmung erschafft. Das ist Proto-Ambient vom Feinsten, nur einige Atemzüge von der Geburt des eigentlichen Begriffs Ambient entfernt. Wer auf analoge Synthesizer-Sounds der 70er Jahre steht, der wird diesem Track einiges abgewinnen, denn hier hört man all die coolen Klangbilder dieser Ära. Man braucht eben nicht immer Melodien für gute Musik. Manchmal kann es eben wichtig sein, Sounds zu finden, die extrem viel Charakter haben. Und das Lied ist ein gutes Beispiel dafür. Das fünfte Stück mit Simayen ist ein winziges Klavierstück, das nur anderthalb Minuten dauert. Es wird gleich gefolgt von Seelange, ebenfalls einer vorrangig klavierbasierten Nummer, die mit ein wenig Schlagzeug begleitet wird und eine dringliche dramatische Atmosphäre hat. Das siebte Stück, die Bunge, ist eine recht charmante Leftfield-Nummer, die eigentlich ein wenig an Vangelis erinnert. Der Soundtuck hat hier gut gelaunt durch die Klanglandschaft. Das vorletzte Stück, One, ist sicherlich mein Lieblingstrack hier. Hier wird mit Elementen der indischen Sitar-Musik gearbeitet, eingespielt von dem niederländischen Sitar-Spieler Oko Becker. Mit an Bord ist auch Asmus Tietjens, der hier Synthesizer-Sounds beisteuert. Das ganze Stück ist ein frühes Beispiel für Drone-Musik und steht akustisch eher dem Sound näher, den Ino mit Robert Fripp gemacht hatte. Das Stück ist angereichert mit avantgardistischen Gitarrengeräuschen und nimmt irgendwie auch den rituellen Underground-Sound der frühen 90er Jahre vorweg. Also Bands wie The Hybrids oder Basilisk oder auch Sons of Arca. Hierbei kommt eine äußerst mysteriöse Nummer heraus, die außerordentlich faszinierend ist. Das letzte Stück, genannt Für Luisa, ist erneut ein Klavierstück, das diesmal beinahe etwas Unheimliches hat. Extrem minimalistisch werden hier die einsamen Klänge des Klaviers mit hintergründigen Tonband-Effekten angereichert. Ein fast schauriger Ausklang eines Albums, das überwiegend fast etwas Leichtfüßiges und Gutgelauntes hat. Ich denke, für jene, die früher Ambient-Musik sammeln, ist dieses Album unverzichtbar und steht vermutlich bereits im Vinyl- oder CD-Regal oder in der Playlist auf dem iPhone. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Diese Musik ist schließlich super dazu geeignet, einen Soundtrack für den täglichen Weg durch die Stadt zu erschaffen. Ich gebe hier 4,5 Sterne. Dieses Album ist eine herrliche Klangmeditation, die einen Augenblick in der Zeit festhält. Ein geronnenes Klangerzeugnis, das einen bestimmten Zeitpunkt in der Musikgeschichte darstellt. Das war Cluster & Eno aus dem Jahr 1977. Das war Cluster & Eno aus dem Jahr 1977. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!